Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Nähe und Geborgenheit. Denn kein Mensch ist eine Insel, gerade jetzt in dieser Zeit. Da zündet einer eine Kerze an und dieses winzig kleine Leben hat so viel Kraft, dass es ein Stück von dieser Dunkelheit durchbricht. Und brennen hunderttausend Kerzen und nicht nur eine ganz allein. Dann kann für einen Augenblick lang plötzlich alles anders sein. Und brennen hunderttausend Kerzen überall im ganzen Land. Dann kann man endlich Weihnacht schwirren. Es reichen alle, sich die haben. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer Florian Merz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.